...ein ganzer Regier. Herr Kohl, da haben Sie die Möglichkeit nicht gehabt, eine Stelle zu schreifen, wieso? Das ist das gleiche Mediziner, die wir da machen. Das ist amerikanisch, in der amerikanischen Stimmung, das ist auf dem Mediziner. Und das ist aus Edelstein jetzt, also bei Edelstein auch, das sind die Anzeichen, die sind die Mande, was sind das, in die vier Lebensrichtungen? Ein bisschen die Mande. Das ist die große Medizin aus, aber die kommt dann der innere Kreis dazu, ne? Die kommt dort aus, in seiner eigenen Rente, und sie ist da und sie eigentlich wächst nicht dabei. So eine Wolltung. Und im hohen Norden ist die große Weiße, der Weiße Bügel. Symbolisch. Im Oslo ist der Adler, der Goldene. Weil man über alles herrscht und sieht. Und im Westen ist der Wehr, die Weiße Erwärmte. Und im Süden ist der Goldene, ein Hund. und die Gaukelung entdeckt. Und im Allerwärmte. Und im Wesentlichen, und im Wiederspiel, und im Wiederspiel, und im Wesentlichen. Jetzt, wenn man hergeht, und wir stabern, aber das braucht man nicht, denkt sich von diesen vier Lebensrichtungen, ja? Hugo and Iron legt hier vier Stäbe, da haben wir unser ganzes Wildjahr zusammen. Vögel und Wildmund, Neubund. Und das sind die Landeszentren, was wir haben angegeben. Es ist vierteljährig eingeteilt. Überall sind drei Stände wieder. Es hat zum Zykl, 16 Stände werden gebraucht, da sind solche dazugenommen. Zum Beispiel da vorne, so da liegt, das ist der Stein Voreinigung. Dann in der Mitte drinnen ist ein Feuerball und wird assoziierten Kraft, die Kraft und Stärke. Das ist der Dienst, das ist der Speckstein, die Bläden, draußen, und wird im Tiefel, Pfeifferstein, Pfeifferstein, also Pfeifferstein, der Park. Speckstein, im Norden, da kommen wir jetzt in die Auszeit, und Amethyst, im Westen, in Drusa, im Süden. damit das assoziiert. Und natürlich dazu ist, wenn ich jetzt nicht Dienstlager, mit Konditionen, das ist das sogenannte Medizinwohl, als das die Medizinwand braucht. das geht über die Chausseer, mit Steinen arbeiten, Steine. Und so, über unseren Platz, das Stein der Liebe und das Stein der Einigung, das er da liegt. der Bremden, der Bremd, er bremt, und holt mir noch Steine auf Alix im Auge, auf Steine, auf der Liebens im Auge. Und er zeigt, ich werde auch wenig Lautes zu tun, mit der Umgebung und Verschwutzung, und der jetzigen, was ist, ja? diese Zeichen, und das ist der Klisch-Tag, Alix, der Schwarzer. Und das ist das Auge des Eiers, das sieht alles. Da ist zweigeteilt, das muss man die Natur sein, denn das ist der Erdungsstrahl. Das ist das Mund offen im Ganzen. Und so ist alles, so eine Schliff von der Spitze, da ist kein Draht, weder Loch, alles aus. Sogar der Leih mit der Nase gar nicht hat, sondern sollten heute fünf Jahre noch. Da hat sich die Schneide eingelassen überall. Also da ist nichts wegetan, aber ein Stück vor ist. Man nimmt ihn auch, wenn man ein Medizinrat beurreifend wird, für Bestimmungen und Beutung von dieser Krankheit. Das ist eine Schichter, die Karte ist hier in der Welt, die sich durch die Karte ist hier in der Welt. Das ist ein Zeug, die Karte ist hier in der Welt. Ich erksinteress, kann ich die Karte jetzt nicht oder. Ich erksinteress, kann ich auch nicht aus. Das ist eine Karte. Bei den Indianern, wie gesagt, das Rauchen, und wie es wir, Rauchen, diese Trustzüge. Wenn man drinnen und rieb es kann, hat irgendwas, was auf Deutsch, das Rauchen stammt von den Indianern. Die haben das natürlich ein gewisser Ritualverlösen. Und zwar, wie es jetzt explizit wird, mit Rauchen nicht, weil er dafür kein plattiger Rauchen war. Das heißt, die Indianer, die Friedenszwechel, bei denen eine Art reinigen. Es ist nicht nur mit einem Rauch, sondern hat gereinigt. Und wir haben langsam ein Prinzip, die heute noch mit den Indianern, die ich so fahre. So, ich habe zugebracht, dass das die einzige Palme nachfällt, wenn man da nicht beim Röpschen geht. Auch für uns, wenn die Indianernis gesteckt wird, ist das so genannte Essigform, sondern für die Essigfeiligen zu stecken. Vielen Dank. Wir müssen das jetzt nicht beantworten, nein, Frau. Nein, das ist ein Stück. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank. 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 ... 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